Als Franz-Josefs-Bahn bezeichnen die österreichischen Bundesbahnen heute den auf österreichischem Staatsgebiet gelegenen Teil der Hauptbahn, die ursprünglich Wien mit Eger verbannt und von der K.K.Priev, Kaiser Franz-Josef Spahn erbaut und bis 1884 betrieben wurde. Sie verläuft von Wien Franz-Josefs-Bahnhof über Wien Heiligenstadt, Tulln sowie Wein- und Waldviertel bis Mündenö. Geschichte Die Strecke Münd-Eggenburg wurde 1869 eröffnet, die Strecke Eggenburg-Wien 1870. Der Streckenverlauf erscheint ungewöhnlich, da die zwei Bezirkshauptstädte Horn und Weidhofen an der Thaja nicht berührt werden. Planungsvarianten sahen auch eine Linienführung über die genannten Städte vor, letztlich fiel die Entscheidung aber für das ausgeführte Projekt. Am 4. November 1875 entgleiste bei Schwarzenau auf einem 10 Meter hohen Damm in Gefälle in einer Kurve, wo die Strecke auf eine Brücke zulief. Gegen 0.30 Uhr der Personenzug Nummer 9 von Wien nach Prag entlang der Tangente des Kurvenbogens, weil ein Schienenstück gelockert worden war. Mindestens neun Menschen starben bei diesem Zwischenfall. Mit dem Bau der 1889 eröffneten Kamp-Talbahn und der ab 1891 eröffneten Thaja-Talbahn erhielten Horn und Weidhofen später Anschluss an die Hauptstrecke. Die Bahnlinie wurde von 1889 bis 1905 zweigleisig ausgebaut. 1959 wurde das zweite Gleis zwischen Siegmundsherberg und Gemünd. 1967 zwischen Absdorf-Hippersdorf und Siegmundsherberg abgetragen, seither wird nur mehr die Strecke zwischen Wien und Absdorf-Hippersdorf zweigleisig betrieben. Während bis in die 1990er Jahre Züge nach Prag und Berlin noch über die Franz-Josefs-Bahn fuhren, ist die Strecke heute nur noch von regionaler Bedeutung. Die schneller befahrbare Nordbahn mit Anschluss nach Brünn übernahm den Hauptteil des Bahnverkehrs in Richtung Tschechien. Von Dezember 2005 bis Dezember 2009 fuhren täglich zwei internationale Züge auf der Franz-Josefs-Bahn nach Budweis und nach Pilsen via Budweis. Im Fahrplan 2009 wurden die zwei internationalen Züge als er geführt und nur mehr bis Budweis geführt. Von 22. März 2009 bis einschließlich 26. Oktober 2009 wurde ein internationaler Zug wegen der Sanierung der Tullner Donaubrücke in zwei Teilen geführt, der eine von Wien bis Tulln, der andere von Stockerau über Absdorf-Hippersdorf bis Gmündnö. Seit dem Fahrplan 2010 verkehren keine Erzüge mehr. Statt ihnen verkehrt ein Rex in einem annähernden Zwei-Stunden-Rhythmus von Wien-FJB bis Scheske-Welen-Eis und Retour. Der Rex Silvanotike fährt seit der Fahrplanänderung 2011 nur mehr von Wien nach Gmünd von Scheske-Welen-Eis bestehen an Werktagen zweistündlich. Anschlüsse nach Budweis. Die Rex bestehen größtenteils aus Meersystem-Lokomotiven der ÖBB-Reihe 1116 und City-Shuttle oder Wiesel-Doppelstock-Wendezügen. Weil es an der Staatsgrenze einen Wechsel der Stromsysteme gibt, manche in Gmünd endende Züge werden auch mit ÖBB-1142 oder ÖBB-1144 bespannt. Seit Mitte Juli 2012 wird das Zugpaar 2105-2110 mit Eurofima-Wagen geführt. Seit Anfang Juni 2013 werden die meisten Rex-Züge mit einer ÖBB 1116 und drei oder vier Doppelstock-Wagen inklusive Steuerwagen geführt. Um hier die Funktionalität der Einrichtungen für den Zug begleiterlosen Betrieb überprüfen zu können. Im Fahrplanwechsel kommen vor den Rex-Zügen vermehrt Lokomotiven der Baureihe 470 der ungarischen Staatsbahnen MAV im Kilometerausgleich zum Einsatz. Die Güterzüge werden derzeit hauptsächlich mit 1116 bespannt. Von Zeit zu Zeit können auch Loks anderer Baureihen wie zum Beispiel ÖBB-1142 oder ÖBB-1144 auf der Strecke angetroffen werden. Die Hauptfracht besteht aus Holz und Hackgut, das aus dem Gebiet um Waldhausen abtransportiert wird. Im Herbst sind verstärkt mit Kartoffeln Beladene Güterwagen für die Agrana in Gmünd unterwegs. Bei Bedarf verkehren auch Militärzüge zur Anschlussbahn Wurmbach des Truppenübungsplatzes Allentsteig. Am 25. September 2015 ereignete sich ein schweres Zugunglück und weit des Bahnhofes Allentsteig. Ein mit einem Holzerntegerät beladener Sattelschlepper blieb auf einer Eisenbahnkreuzung direkt östlich des Bahnhofes Allentsteig hängen und wurde in der Folge mit knapp 100 km pro Stunde vom Rex 2150 erfasst. Der Triebfahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw war noch vor der Kollision aus dem Führerhaus geflüchtet. Der Fahrer des Lkw war noch vor der Kollision aus dem Führerhaus geflüchtet. Der Fahrer des Lkw war noch vor der Kollision aus dem Führerhaus geflüchtet. Der Fahrer des Lkw war noch vor der Kollision aus dem Führerhaus geflüchtet.